Eishagel. Eisregen. Heute am 21. August 2016. Ich bin ganz aber am Ofenhaus. Versturmt. Schneeregen. Eisregen. Eishagel. Ich bin gespannt auf morgen früh den Schnee hat. Sieht einmal danach aus, dass es abkühlt in der Höhe. Was machen die? Ich bin gespannt auf die Höhe. Ich bin gespannt auf die Höhe. Ich bin gespannt auf die Höhe.